Mein Name ist Silvio Clavon, ich bin im Jiu-Jitsu Sachsen-Anhalt Bildungsbeauftragter, stehe sozusagen als Person für den Gesamtbereich der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die wir bei uns im Landesverband anbieten, organisieren und umsetzen, als Ansprechpartner zur Verfügung. Wir bilden aus Trainer C im Breitensport, Trainer C im Leistungssport, Sportassistenten und Jugendleiter, Jiu-Jitsu, Jugendleiter. Über alle lizenzverlängernden Maßnahmen und deren Anerkennung findest du im Bereich Download eine Übersicht oder kannst hier auf der Website auch noch den entsprechenden Link benutzen. Würde mich sehr freuen, dich, sie, euch bei einer Ausbildung oder bei einer Fortbildung oder einer lizenzverlängernden Maßnahme oder bei einem Online-Meeting über die Lernplattform begrüßen zu dürfen. WDR 2021